50 Häuser kommen. Eine seltsame Krankheit ist in der Stadt. Erreiche 80 Häuser. Wenn du diese Aufgabe nicht erfüllen möchtest, kannst du die Ereigniskarte ablegen. Es ist aber schön, dass er das nochmal extra sagt. Das weiß ich. Das liegt an dem Symbol. Aber zu Ehren der Götter soll ich noch einen neuen Tempel bauen. Dann bauen wir jetzt einen Bacchus-Tempel. Der ist noch relativ günstig im Gegensatz zu den anderen. Obwohl, der untere, der normale Tempel, der geht auch. Dann kriegt er jetzt noch einen mit dazu. Bitte schön. Erreiche 30 Villa-Häuser. Du hast 0 von 30. Stimmt, sind alles noch Dommos. Das liegt daran, dass ich keine Taverne habe. Denn die kümmert sich ja noch um die Weinverteilung. So, dann bauen wir einmal eine Taverne hier. Und einmal eine Taverne da. Und braucht noch jede Menge weiterer Leute, die für uns arbeiten. Oder? Ja, 19 freie Arbeitsplätze. Und haben keine Siedler mehr. Juhu. Die meisten fehlen hier. Oh, 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 oh. Gerade die Bäcker. Die haben keine Arbeitskräfte mehr. Das ist dumm. Ne, das lasse ich. Ich habe keine Siedler. Das wird nichts. So, erledigt. Ich brauche jetzt noch 30 Villa-Häuser. Und dann sind wir schon am Ende. Die 80 Häuser können wir uns sparen. Finis Coronat Opus. Der Abschluss der Kründe. Das Werk. Was könnte den Leuten fehlen? Warum haben die sich noch nicht weiterentwickelt? Ich meine, es sieht doch recht schön aus bei uns. Und auch das Forum ist auf einer sehr hohen Stufe. Jetzt sogar schon auf Stufe 7. So, jetzt haben wir eine Villa. Die ist hier unten. Brauche ich jetzt hier einen Tempel zwischen? Geht nicht. Kriege ich hier noch ein Altar dazwischen. Da entwickeln sich sogar die Schneidereien. Ja, das freut mich. Hier sieht es auf dem Markt aus. Genügend Stoffe sind da. Brot muss erst kommen. Wir haben jetzt erst wieder weitere Bäcker. In der Therme arbeitet niemand. Aber da wird eben auch etwas zusammen gesammelt. Was machen wir? Ich würde gerne noch einen Tempel hier irgendwo hin platzieren. Aber es ist kein Platz mehr. So, bitteschön. Vielleicht bringt das ja was. Ihr habt hier unten nicht mal ein Altar. Oh, ihr tut mir so leid. Haben wir hier wenigstens einen Brunnen? Für die armen Leute. Sieht nicht danach aus. Guckt mal, hier habt ihr einen Brunnen. Und noch ein Altar. Bitteschön. So lieb bin ich zu euch. Genau, entwickelt euch mal. Das ist sehr toll. Das finde ich großartig. Willen haben wir jetzt zwei. Das ist immer noch zu wenig, meine Lieben. Viel zu wenig. Deswegen bauen wir jetzt den Triumphbogen hier mit hin. Und wir brauchen auch die Philosophenschule. Oh ja. Die dürft ihr selber fertig bauen. Ich verfüge das. Noch elf arbeitslose Frauen. Hauptsächlich hier. Oder wie? Ne, auch hier. In der Innenstadt. Arbeiten denn irgendwo Männer, wo Frauen eigentlich arbeiten sollen? Ja. Nix ist, meine Lieben. Das soll nicht sein. Es gibt genügend andere freie Arbeitsplätze, die ihr belegen könnt. Okay. Keiner ist aufständisch. Erstaunlich. Den Leuten geht es ganz gut. Und wir dürfen jetzt sogar den Zirkus Maximus bauen. Oh, wir haben schon acht Villen. Dann bauen wir jetzt den Zirkus. Einfach nur als Monument, weil wir es können. Da geht es nicht. Dann halt hier. Und der Umkreis. Wo geht der Umkreis rum? So. Fast nicht alle ein. Aber zumindest hier vorne nochmal ganz viele. Sodass wir noch ein paar Villen bekommen. Jetzt brennt es wieder hier. Naja, ist nicht schlimm. Doch, ist schlimm. Warum habe ich hier keine Präfektur? Och, Mendo. Jetzt habe ich wieder kein Geld mehr. Sechs Kriminelle sind hier unterwegs, weil die alle nicht arbeiten. Na gut. Dann ersetzt mal die Schweinefarm und die Metzgerei, sobald ich wieder Geld habe. Ja, alle Schweine tot. Schön gemacht. Ihr seid so eine Tierquäler. Wisst ihr das? Warte mal. Halt! Das Theater brennt. Warum brennt denn jetzt das Theater? Ja, weil das nicht gewartet wurde. Wir haben auch kein Lehm. Warum habe ich eigentlich kein Lehm? Ach, weil Lehm bestimmt die ganze Zeit von Rom geliefert wurde. Oh, und ich weiß, warum ich kein Geld mehr habe. Ich habe schon wieder die Steine vergessen. Bevölkerungswachstum ist brennt jetzt hier drüben. Wir fackeln schon wieder die ganze Stadt ab. Der Altar brennt auch. Da brennt es auch. Ey, wir waren so weit. Jetzt fackeln die mir alles ab. Hört auf, das zu bauen. Kümmert euch jetzt erstmal um die Instandhaltung. Verdammt noch eins. Und was ist mit den Präfekten? Tun die auch mal was? Ach, und ich wundere mich, warum ich so arm bin. Ja. Kein Wunder. Hier brennt es auch noch. Ich meine, wir haben genügend Geld. Das soll ja jetzt nicht daran scheitern, nicht? Hier ist auch schon wieder alles abgefackelt. Oh, Leute. Marmor wird nicht mal verkauft, oder? Eisenerz wird verkauft, aber kein Marmor. Der wird nur für die Instandhaltung benötigt. Und Lehm eigentlich auch. Und ich weiß auch nicht, warum ich jetzt so wenig Lehm mit mir hatte. Hatten wir keine Lehmgrube gebaut? Nie? Genau, löscht das Gebäude. Ich lasse mich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Nicht dadurch. So. Macht alles in Ruhe fertig. Ihr kriegt dort hin. Jetzt kriegen wir immer mehr Lehm. Dann können wir das natürlich auch dafür nutzen, die Instandhaltung wieder hinzukriegen. Und ich werde mir schon mal einen neuen Handelsposten bauen, über den wir dann auch Gold endlich verkaufen können. So. Viel Spaß. Na, guck mal. Drei Lehmgruben. Hat er eben angezeigt. Also muss ja irgendwo noch eine Lehmgrube sein. Da. Klar, das war die erste, die ich jemals erbaut habe. Aber die hat es nicht geschafft, alle hier mit Lehm zu versorgen. Und die Instandhaltung zu gewährleisten. Ich bin froh, dass das jetzt wenigstens der Fall ist. Also hier sieht es wieder einigermaßen okay aus. Und es brennt auch nirgendwo mehr. Trotzdem finde ich es nicht schön, dass die hier einfach mal alles abgerissen haben. Aber das war nicht durch einen Aufstand. Auch wenn schon wieder sehr viele Verbrechen und Aufständische unterwegs sind. Ich gebe euch jetzt einfach mal Geld. Wo brennt es nun? Da. Da kommt ihr ran. Das kriegt ihr hin. Feuer brennt auch hier. Aber das kriegen die Perfekten auch hin. Sind immerhin zu zweit. So, Lehm muss ja langsamer mehr werden. Also ich weiß nicht, woran das liegt. In manchen Szenarien ist Lehm extrem langsam. In der Produktion. In manchen ist es Stein. In manchen ist es Holz. Das ist eine unglaubliche Katastrophe. So, hier fehlte auch die ganze Zeit nur Lehm. Marmor und sowas alles haben wir da. Dann könnt ihr das jetzt wieder weiterbauen. Dann werde ich hier oben jetzt noch eine weitere Präfektur bauen. Denn offensichtlich brennen die sich hier schon wieder alle gegenseitig nieder. Gut. Genug Lehm ist da. Die bauen jetzt schon am Theater wieder. Dann lassen wir mal die Festspiele beginnen. In der Hoffnung, dass jetzt auch die letzten noch zu Willen werden. Wir haben jetzt erstmal gerade mal zwei von 30 Häusern. Dadurch, dass das Theater fehlt. Hier unten könnten wir auch sowas noch in der Art bauen. Eine Taverne müsstet ihr haben, oder? Ne, eine hatten wir oben gebaut und eine weiter unten. Doch, die habt ihr. Die ist in eurem Einflussbereich. Ihr habt auch Wein, Brot und Wurst fehlen. Ich werde mir noch zwei weitere Bäcker hier drüben mit hinbauen. Obwohl wir hier schon echt viel mit dazu gesetzt haben. Geht ihr alle arbeiten? Ich hoffe es. Wenn nicht, dann nicht. So, ein weiterer Bäcker. Große Leistung. Ja, wir haben jetzt 10 Willen. Aber wir brauchen 30, Leute. Wir brauchen viel, viel mehr. Das reicht so noch nicht aus. Wir haben aber genügend Siedler. Und bekommen auch alles andere gut dazu. Den Sklaven geht soweit gut. Das hier bauen wir jetzt auf Stufe 8 aus. Besteuern nochmal die Leute. Hier ist alles soweit im Lot. Überall wird ordentlich gearbeitet. Das freut mich. Und ich bin am überlegen, was uns jetzt noch fehlen könnte. Den Leuten geht es richtig gut. Schön. Sie danken den Göttern für ihr Wohlergehen. Ja, wie kriegen wir euch denn jetzt noch alle zu Willen? Ihr könnt ja auch hier unten noch eine Therme bauen. Das würde auch denen hier gefallen. Der Umfang ist ja relativ groß. Ein Verbrechen wurde hier begangen. Kriegt ihr halt ein bisschen Geld. So, und alles ist gut. Keine Verbrecher mehr da. Therme kümmert sich jetzt um weitere Leute. Dann brauchen wir noch ein Theater. Ebenfalls für alle Leute hier oben und unten. Und weitere Leute, die hier arbeiten. Schon wieder Verbrechen. Diesmal hier oben ausgerechnet in der Innenstadt, wo die eigentlich alle einen Job haben. Verstehe ich manchmal nicht, aber ist okay. Tempel habt ihr hier unten noch nicht. Kriegt ihr jetzt auch noch von mir. So, habt ihr schon eine Taverne? Nein, habt ihr nicht. Dann bekommt ihr auch die noch dazu. Außerdem bauen wir hier noch eine weitere Weinplantage. Und die Sklaven sind sauer. Dann bauen wir noch ein paar Sklavenunterkünfte einmal hier. Und wo sind sie noch sauer? Hier nicht. Hier ist ja auch nichts zu tun. Wie sieht es hier aus? Erschöpfend. Ah, hier. So. Die helfen gleich mal aus. Dann ist die Sklavenarbeit auch nicht mehr ganz so schwer. Achtung, Sklavenaufstand. Ja, ich weiß. Verbrechen hier. Allen Leuten geht es gut. Wir haben noch sehr viele Arbeitsplätze frei. Aber leider auch sehr viele arbeitslose Frauen. Also hier fehlen extrem viele Leute. Ihr bekommt dann auch gleich noch sowas wie Termen und Tempel. Wir haben schon 15 Villen. Das sollte doch eigentlich klappen, dass wir die 30 zusammenkriegen. Ich weiß zwar nicht, wie viele Gebäude wir insgesamt haben. Aber wenn wir die Bürger durch zwei rechnen, 133, dann haben wir bestimmt schon so um die 50, 60 Bürgerhäuser errichtet. Gut, wir haben noch 17 arbeitslose Frauen. Die meisten sind in der Innenstadt. Dann könnt ihr noch ein bisschen Olivenöl produzieren. Und noch ein wenig Wein. Na doch, die ein oder andere kann auf jeden Fall dort arbeiten. So, das läuft. Das sind alles Villen. Hier oben noch nicht. Habt ihr hier einen Tempel? Nur den auf der Seite. Dann stellen wir euch doch noch mal einen normalen Tempel mit hin. Sowie einen Altar. Kostet mich ja nix. So, das freut sehr viele Leute. Die werden alle zu Villen. Sehr gut. Wie sieht es auf dem Marktplatz aus? Wurst fehlt, Fisch fehlt, Stoffe fehlen. Stoffe werden eigentlich ordentlich produziert. Und wir haben auch sehr viele, die Leinen produzieren. Deswegen wundert es mich. Ich kann hier noch einen Stoffproduzenten mit hinbauen. Das jetzt allerdings die Rettung ist, weiß ich nicht. Das sind alles Dormus. Nur eine Villa. Das heißt, wir bauen hier jetzt noch ein Theater. Und ein paar weitere Häuser. Kommen wir doch noch auf die 80 Häuser, wenn das so weitergeht. Baumaterialien sind genug da. Auch Marmor und so weiter. Das ist okay. Hier oben wurde ein Verbrechen begangen. Und es brennt. Die Schneiderei. Natürlich. Aber die kriegen wir wenigstens gelöscht. Okay, hier läuft es. Ihr bekommt jetzt hier noch eine Taverne mit hin. Jetzt haben wir 27 von 30 Villen. Das ist gut. Wenn wir hier oben noch ein bisschen was bauen, dann dürfte das alles so weit funktionieren. So, ein Altar ist zu weit weg. Da kriegt ihr noch einen, der näher dran ist. Da kommt ein Dormus. Ich brauche nicht mehr viele Villen. Alles gut. Kommt gerne noch eine Therme mit dorthin. Die ist eh so, dass die keine Arbeitskräfte braucht. Nur Leben. Leben geht ja relativ fix. Eine goldene Statue baue ich euch noch. Und wir könnten auch noch einen Triumphbogen errichten. Bei all den Leuten, die wir jetzt schon wieder mit hinzugefügt haben, geht das ja relativ fix. So, bitteschön. Eine goldene Statue nur für euch. Und einen Triumphbogen auch nur für euch. Und schon haben wir die nächsten Villen. Komm, noch zwei, noch eine und geschafft. So, die 80 Häuser. Wollen wir die noch bauen? Ach komm, wir können. Weil wir es können. Baut sie fertig. Macht sie durch. Und dann haben wir es erfüllt. Finis coronat opus. Der Abschluss krönt das Werk, meine Lieben. Gewonnen. Das war die letzte Mission aus Germania. Damit sind wir mit allem soweit durch. Ja. Und dürfen uns dann auch schon um Afrika kümmern. Die Kolonisierung Afrikas. Freue ich mich. Der römische Bürgerkrieg ist dann auch übrig. Aber die ersten drei sind komplett durch. Ich meine, das waren 16 Missionen. Aber die waren ja auch relativ kurz. Dann hatten wir hier vier da. Vier sind auch nochmal acht. Sind wir schon bei 32 Missionen. 24, Entschuldigung. Und ja, acht Stück fehlen noch. Lasst euch den Tag nicht zu lang werden. Bis zum nächsten Part. Bis gleich. Ach, kommt schon, Leute. Mit einem Abo kann Elbpräsidenten noch viel mehr feiern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.